hallo und herzlich willkommen liebe zocker freunde zum abo special ja wir haben hier die hunder der marke schon geknackt und wir haben uns einfach mal gedacht wir machen jetzt hier mal so ein kleines special video und wir haben uns eigentlich gedacht so wir wollten ein bisschen streamen aber das hat man der technik irgendwie alles nicht so richtig hingehauen also haben wir uns einfach gedacht wir spielen jetzt hier mal eine runde fifa und dann zeigen wir noch ein bisschen battlefield 3 action und definitiv lassen wir uns bei der 500 abo da mal was einfallen und das könnt ihr denn auf der facebook seite genauer lesen so wir haben uns hier einfach mal aus der italienischen serie a 2 parteien ausgesucht den erstplatzierten roma hier mit dort gegen den zwei platzierten hier zu sehen napoli da denke immer an nudeln mit tomaten soße ist so das ist einfach so und das bleibt auch einfach so hast du eine ahnung in welchem stadion wir sind romo keine ahnung nee das ist nicht und das könnte höchstens stadion de la kurt bürger stadt oder schauen zu reisen wir wollen wir jetzt nicht übertreiben so von links nach rechts von weiß grün und grünen und grünen wir können ja mal sagen ich kann ja mal sagen warum überhaupt tiefer spielen und genau bei von classic gewonnen wenn wir gegeneinander spielen zwischen fast und classic das ist natürlich nicht so soll ich denn da sagen es ist ja meistens halt immer so der fall dass der juli ist ja nicht drauf hat deswegen braucht auch immer das ist nicht drauf was weiß ich glaube ich zwei klatschen er war nicht lustig ach komm schon so wie gehen die gesagt von links nach rechts von rechts an links italienische italienische damit wo sie also kein bock mitzugehen abion ist dann nicht von barcelona gekommen war denn nicht bei barfa gewesen aber bei irgendein spanischen links war doch gewesen so ein spiel war es auch keine ahnung nein er hat nicht bei real madrid gespielt glaubt ihm kein wort er hat nämlich gar keine ahnung der spiel bei barcelona nein der spielt bei real oh jetzt gehts los na schönes tingle tangel bobs spiel hallo komm schon alter komm schon alter ich will noch nicht gehen ich will noch ein bisschen tanzen alle werden sie ja schlecht einfach eine maschine what oh ich wollte gerade sagen alter zwei mann ach wer hat ein schönes ding gewesen ne wo spiel ich hin wieso ist keiner vorne wieso ist keiner vorne nein kacke ach es stinkt wenn sie frisch ist nochmal schöner pass aber auch und schön wie er den noch mal versucht hat so einfach so reinzulupfen also das haben sie schon war heute den gefühl rein lassen jetzt ganz schnell gehen ja das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht alle ich glaubste jungen und von konzer und ist gut alter dieses zauberpestlein an zack und du hast es versaut scheiße da sein müssen dass er da auf jeden fall sein müssen hier für doma wieder mal ein super spannendes spiel dann braucht er den zum aufstehen der auch zu scharf nicht so weit aber der war einfach zu scharf gewesen der war gut lacht doch du hast einen witz gemacht also schön ausgedeckt und ich habe doch nicht zu weit nein 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 das habe ich nämlich schon gesehen das habe ich schon jetzt nicht gesehen komm schon rein ich habe schon einmal ich habe mich schon mal dordi der mal op also was für ein spannendes spiel der erstplatzierte in der serie gegen den zwei platzierten in der serie und wir wissen ja alle italienische spiele sind schon vorgekauft gehen wir den so angenommen hat also die ballstaff herzen sind schon geil und die trikots von dir sind ja wohl auch der bürger ja also die gibt es auch nicht einzigartig außer bei unserer bundeswehr so und wir schauen mal was die zweite halbzeit bringen der napoli gegen sommer also wie schön wie der gerne spiel doch die green die green hat doch hierbei dabei duisburg mit gespielt oder ist er nun eigentlich nur ausgeliehen hier nach napoli oder ist richtig verkauft worden jedoch einer hin das ist keine habe ich doch gewusst man heißt du spielst so typisch all der man das habe ich auch schon wieder geahnt ja ja guck mal das habe ich auch geahnt guck das habe ich auch geahnt das habe ich auch geahnt das hast du nicht gar ja nein ach scheiße hat mich nach vorne gedrängt alter hast du ein schwein jungen guck mal wie er mich nach vorne gleich gedrängt hatte aber kurz ane da wollte ich zurück mit risiko haben sie nix da nix da nix da du bärtige mumu du das hast du mir noch einmal macht der denn kann ja kein fußball spielen oder was Einfach gar nichts. Ja! Ja, boah, wunderbar gefalkt, Alter, Junge. Was für ein Kombinationsspiel hier. Alles alleine machen, wir können hier nicht mal einfach verleinigen gehen. Sau geil, Alter. Ich spiele hier wieder wie Ronaldo in seinen besten Jahren, Alter. Ja, jetzt geht's in den Weg, Alter. Das ist wie so scheiße, ne? Oh, bitte. Ich habe gar nichts gedrückt. Ich war 13. Hä, Jovigno? Hat der nicht in der englischen Premier League gespielt? Rossa! Du? Weiß ich nicht. Bei Vigno? Ja. Bei Arsenal. Wollte ich doch gerade sagen, Alter. Seit wann ist der in der italienischen Liga, Alter? Ja, nicht. Oh, schöner Pass. Schöner Pass. Scheiße, Alter. Hier, Cali-Jon. Der hat doch auch bei den Spaniern gespielt. Gulase, 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 Gulase. Gulase, Gulase. Der hat doch auch bei Real gespielt hier. Weiß ich. Ja. Hab, Gulase. Nach so lange und keine Tore hier. Ach, Mann, ey. So eine Pussy, Alter. Oh, da läuft er wieder. Ja. Was da, 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 man. Was da, was da, was da, was da, was da, Ja, da kann es links-rechts laufen. Gott, im Himmel war das jeil, war das jeil! Guck dir's an, zack, 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 zack! Der Dribbelkönig ist wieder da! Ja, links-rechts läuft der König. Oh, ist er da fast hingefallen, der kleine Bobbelbär. Ja, was mache der da? Ja, ich schick doch einer in der Kamera. Scheiße, Alter, da wollte ich doch gar nicht hin, Junge! Oh, Mist, hast du abgefangen! Kleine Hure! Golla! 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 Oh, Mann, du! Hahaha! Wie ein geiles Spiel, Alter! Woah! Steht doch nicht da nur so rot! Blöd, komm, halt, Junge! Ja, den musste ich da irgendwie wegköpfen! So, war ein bisschen zu klappisch! Boah! 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 Oh, Totti! Totti, Totti! Oh, inzampiare, e fuchi pare. Nein! Oh, Cefignio! Molto bene, molto bene! E spiel in schaiße. Scheiße, spiel in here. Brückte aber nicht hin. Und, ja, ja... Nein! Super Spiel! Und ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen Äh, wie? Wie soll der gegen den Hund? Was für ein Scheiß So ein Scheiß, Alter Der hat mir verloren Der hat mir verloren Der Wiener ist ohne Ende, was? Ich jubel, er ist ohne Ende Hey, ist Joey hier der Gewinne So So ein So ein Loser So, das war jetzt das Spiel In FIFA Wir machen uns jetzt noch ein bisschen auf den Weg Und werden jetzt noch ein bisschen Battlefield 3 ein paar Runden mit reinbringen Wir sehen uns Gleich nach einer Werbepause wieder Bis dann, liebe Zockerfreunde Hallo und herzlich willkommen Zum zweiten Teil unserer 100 Abo Special Folge Und wie gesagt Wir wollten hier so ein bisschen Battlefield Und ich bin Erster Und du bist Fünfter So Bitte nicht Auf meinem Score zählen Weil Ich bin hier ein bisschen Nubenhaft Bin ich so der Pro hier im Battlefield Obwohl ich eigentlich schon Jeden Tag fertig mache Ja, genau Ich disse ihn Bis er seine Nach seiner Mutter ruft Äh, gibt's doch nicht Wieso stirbt die Sau nicht, Alter Wer soll mir mal einer jetzt bitte beantworten, Alter Alter, ich hab schon vorher geschossen, Joey Ich hab dich da in der Ecke gesehen Ich hab schon vorher geschossen, Alter Wie geht das, Junge Gut, Zocker Alter, ich schieß ein ganzes Magazin Und die Sau Die Sau stirbt nicht, Junge Das kann nicht wahr sein, Junge Das ist doch der Wahnsinn, Junge Ich liebe dieses Spiel, Alter So geil, ne? Das ist so geil, Alter Wollte sie auch im Prunko morgens einhören No Ich weiß es doch einfach Ah Du bist der Blut Ist der Blut, Zocker Hier ist ein Medik Ach, Mann Schindles Castro, Alter Kann doch mal nicht wahr sein, hier Ich mach hier gerade ein Special, Alter Kann man mich doch hier nicht abschießen, Alter Oh Hey, Joey, du Keine Pump, Pump, Pump Deine Erhudeldame, Alter Erhudeldame Rudeldame, achso Nein, das war zu weit Das war zu dicht Das ist okay Am flierig Ach, Mann Du hast gesagt Die Auge ist perfekt, Alter Die Auge ist ja auch Bombe Die da auch mit dir Alter, das gibt's doch nicht Da bin ich wieder von hinten gekillt Kann man denn hier nicht mal in Ruhe Wegen dieser einen töten, Alter Dass man nicht gleich von dem nächsten getötet wird Ach, jetzt Komm, Alter Ich hab die schon viel früher gesehen, Jun Klar Ah, und der bratzt mich von der Fernentfernung Mit der Pumpgun Oder was Ich hab hier die Super Auge, Alter, weißt Mann, ey, Mann Gucken wir mal schnell auf unseren Dings Ja, mit 1 zu 8 bin ich super, immer Ich wollte gerade sagen Ich drück doch schon Mehr als drücken kann ich doch auch nicht Ich lose es Oh, kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Ich bin bereit, Hans, ich werde hier hin Ich bin bereit, Hans, ich werde hier hin Das gibt's doch wohl nicht, Alter, Mann Oh, weißt du, die Cheater daheimstoßen und dann bist du tot Sag's doch, wie es ist, Alter Das sind alles verfickte Cheaters, Mann Da ritt ihr doch Oh, war eigentlich nicht mal getötet hier Na, Gegner eliminieren, so geht das Stirb Joey! Joey, du Fotze, alter Junge! Da war ein Medikit Boah, kacke, alter Ich stand neben dem Medikit, deswegen ging er zu langsam Ich hab da zwei... Was?! Ich hab da zweibein, alter, Gegner eliminiert und den... Boah, alter, das kann ja wohl nicht wahr Soll ich mit dem verfickten zweibein, ich bin kein... Unverfuckter Und Griff Ey, was schießt denn da auf mich? Ach, das war keiner von mir? Ach doch, der war hinter ihm Alles kackbratzen aus der Mutti, alter Ey, da eliminierst du den einen Gegner, alter und der andere eliminiert dich Der Team ist einfach overpowered Alter, ich kann noch nicht mal zum verdammten Schießen, Junge Boah, du bist zweit, oder? Wie willst du denn? Ja, aber guck dir meine Stats an, alter, also... Sag doch einfach schlecht Danke, Mann, du hast was gut bei dir Ach, Mann, alter Ach, Mann, alter Ach, Mann, alter Fuck, ich weiß aber, wie liebst du Scheiße, Joey Du hast mich genietet, alter, du Sauratte, alter So muss es auch sein Du kannst ja gar nicht Doch schlecht Ach, vier Oh, vier Oh, vier Oh, ich bin nur fünfter, alter, Junge Neun zu sieben Und geh doch aus dem Weg, du Penner, alter Ach, das ist eine Granate Granate Hier ist das Medikit Verflucht Mach mir die alle ein Dauber Schöne Runde So, mein Team hat verloren Ja, wegen Joey Ich bin wenigstens Zweiter 8 zu 19 Alter, und ich bin Zweiter, Junge So muss das sein Ich hab'n blödes Zweibein, was ich nie benutzen werde Und, äh, egal Das war jetzt unser Special für die 100er Folge Bei der 500er Folge werden wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen Auf der Facebook-Seite werden wir da ein paar Dinge vorschlagen Ihr könnt da ein bisschen mitvoten Auf jeden Fall, liked schnell die Abo-Seite von Facebook Und, äh, wir beide sind jetzt raus Wünschen euch noch weiterhin viel Spaß bei MrJZucker Und, äh, ja, Joey, wir sagen tschüss Richtig, tschüss